Ich bin hier bei TMD Friction ganz im Norden von Rheinland-Pfalz. Hier werden Fremsbeläge hergestellt und ich treffe mich jetzt gleich mit Sebastian und Robin. Die machen hier beide eine Ausbildung zum Industriemechaniker. Hier sind ja gerade ordentlich die Funken geflogen. Es sieht aus, als würdest du hier schweißen, aber du machst eigentlich was ganz anderes, oder? Genau, hier bin ich gerade am Schneidbrennen. Ich trenne halt das Teil in zwei, weil das halt demontiert werden muss und weggeschmissen wird. Was ist das jetzt hier für ein Teil? Das wird als Förderband genutzt, das wird dann hier über die verschiedenen Räder angetrieben über die Kettenräder und ich montiere jetzt halt die Wellen, die müssen neu reingemacht werden und das wird dann halt immer im Ganzen ausgetauscht, weil wenn man das jetzt machen würde im Werk selber, würde es einfach zu lange dauern. Und so haben wir das hier in der Werkstatt, dann kann die Produktion weiterlaufen und wir machen halt alles andere hier drin. Alles was verschlissen ist, wird dann ausgetauscht. Robin, hier ist ja jetzt auch wieder das Teil, was du eben drüben repariert hast. Genau, und der Ausbildungswerkstatt. Wo sind wir denn hier? Wir sind jetzt momentan in der Produktion, sprich hier kommt das Teil her, das Rollenband. Das kriegen wir dann bei uns in die Ausbildungswerkstatt. Wir reparieren das, optimieren das und dann kommt das halt wieder hier hin. Dann verbauen wir das wieder hier und hier leitet das dann unsere Bremsbeläge halt weiter durch. Und wie sieht es denn so aus mit Zukunftsperspektiven hier im Betrieb, also würdest du gerne hier bleiben? Also ich würde auf jeden Fall gerne hier bleiben, gerade weil das Arbeitsklima im Allgemeinen sehr, sehr gut ist, man wird hier gebraucht, also ich mag das gerne, ich habe hier Aufgaben, die nicht jeden Tag gleich sind, ich mache immer gerne was anderes, dazu nur mit der Händen halt, also Handwerk, das macht mir schon sehr, sehr viel Spaß. Ja super, viel Erfolg. Sebastian, ihr werdet ja als Industriemechaniker tatsächlich im ganzen Unternehmen gebraucht, oder? Ja genau, auch als Azubi sind wir halt hier wirklich, überall werden wir gebraucht, wir können unsere eigenen Ideen mit einbringen, aber das finde ich schon echt ganz gut hier. Und hier in der Produktionshalle, woran hast du hier zuletzt gearbeitet? Ja, zuletzt habe ich an einem mobilen Rollenband gearbeitet, das habe ich selber erstellt, ich sollte ein starres Rollenband durch ein mobiles ersetzen, ja das ist halt ein Sicherheitsfaktor und dann habe ich halt wirklich volle Freiheiten gehabt, dass ich das halt, ja das zu erstellen.